hallo freunde ich freue mich euch zu einer neuen folge von ultima 5 lazarus den bösen weg begrüßen zu dürfen flayne hat uns erz mag ja flayne hat uns hier nach windemere zu dieser elistria oder wie sie heißt geschickt um uns endgültig der unterdrückung beizutreten und da bin ich jetzt hingegangen das ist auch hier oben das seht ihr schon diese kleine insel hier oben und da vor uns das müsste sie sein mit der reden wir jetzt auch mal die gestalt die vor dir steht hat ihren kopf in eine kapuze gehüllt und trägt mitternacht schwarze kleider die mit mystischen zeichen geschmückt sind der duft von allraun und knoblauch hängt um sie in der luft als sie sich sehr zuwendet und ihre kapuze zurückzieht kommt das bleiche gesicht einer wunderschönen frau mit dunklen haar zum vorschein ist genau dasselbe text den wir da schon gehört haben bei dieser versammlung des neunten serkels sie blickt dich kurz an dann kommt ihr ein schiefes lächeln über die roten lippen ich kenne euch nicht ihr habt meine festung betreten weil ich damals weil euch der erz magier schickte oder aber weil ihr außerordentlich töricht zeit wollen wir herausfinden was der wahre grund ist sie hebt elegant die augenbraue wenn euch mein alter meister schickt dann müsst ihr das kennwort der unterdrückung wissen wie lautet es impera ihr seid also diejenige die den widerstand unterwandert der avatar sie muss natürlich mit frisch entflammten interesse ihre augen schmälern sich ein wenig willkommen in der unterdrückung faller sowie in der festung windemehr so dein name ich bin elistaria warum fragt er das überhaupt noch windemehr alistaria lächelt die festung war ein geschenk das mir lord blackthorn heutz persönlich in der letzten stunde der dunklen belagerung machte ist sie nicht wunderschön naja geschmackssache aber wir sagen mal ja ich wusste jemand wie er würdet ihre schönheit zu schätzen wissen früher waren hier überall weiße marmorsäulen und elfenbeinstatoren doch die schattenfürsten veränderten alles die schattenfürsten ja die schattenfürsten welch faszinierende geschöpfe wenn ich nur jemals ein von ihnen begegnen würde dann sie verliert sich in ihren gedanken und murmelt einige unverständliche wörter ganz einfach meine dame geht einfach in eine der städten die sind hundertprozentig oder fast hundertprozentig dort beruf sie blickt dich geringschätzig an dann deutet sie auf ihre kleidung und den zeichen die sich darauf befinden ist es nicht offensichtlich dass ich zu den magi gehöre mit diesen lampfroren narren im lyceum habe ich jedoch nichts gemein im gegensatz zu diesen beschränkten dummköpfen habe ich keine angst davor die geheimnisse der dunklen künste zu erschließen und für meine zwecke zu nutzen deine zwecke so ist es ich verwende meine mystischen kräfte um meinen gebieter lord blackthorn vor den widerständlern zu beschützen die ihn böses antun wollen widerständler ja ich meine diese schwachsinnigen die so altmodisch denken dass sie es wagen seine gesetze zu missachten sie sind nichts als unkraut das man ausrupfen und vernichten muss sie schlaubt ja vor vielen jahren studierte ich dort doch mit der zeit widerte mich die denkweise der anderen magier an ihre beschränkten ideen ihr immer gleicher tagesablauf ihre versessenheit darauf jede noch so unbedeutende kleinigkeit in ihren verschimmelten schriften in der bücherei nachzuprüfen eines tages werden sie für ihren mangelnden weitblick bösen mangelnder weitblick ich weiß von deren schwäche ein lied zu singen denn sie wollten mein wahres potenzial unterjochen sie bezweifelten dass ich die disziplin hätte als eine der magie zu gedeihen sie sagten ich sei unbeständig ihr gesicht wird bei diesen morden noch bleicher und sie fängt zu zittern an dieses geschwätz wird ihnen noch vergehen wenn meine diener ihnen ihre luftröhren entgegen strecken erzähl was über blackthorn erst jetzt bemerkst du wie finsterer wie finster elistarias augen sind in ihrem blick spiegelt sich furchterregender fanatischer wahn ich würde mein leben für black lord blackthorn geben wenn er mich darum bete nun beruhigt sie sich wieder ein wenig mit ruhiger miene und eisiger stimme fährt sie fort zum glück war das bis jetzt noch nicht von nöten doch ich diene ihm so gut ich kann mein wissen erlaubt mir in der tat gewisse pakte zu schließen um die sicherheit meines gebieters zu gewährleisten katrina flüstert ihr ins ohr vater ich habe das gefühl dass diese frau nicht ganz richtig im kopf ist ja katrina da hast du wohl recht mein studium der dunklen künste hat mir mehr macht verliehen als ihr euch vorstellen könnt ein wahrer schatz wartet auf den der nur den willen und das herz hat zuzugreifen ich erhang die fähigkeit dämonen zu beschwören eine macht die nur den gefürchteten den gelehrtesten aller magier zuteil wird du kannst dämonen beschwören sie schlägt sich eine ihrer bebenden roten lippen ab meine lieblingsgeschöpfe gewaltige krieger die im kampf keine reue und kein mitleid kennen nur der allermächtigste gegner kann die leise hoffnung darauf haben ein solches wesen zu besiegen das fast unverwundbar ist eine ganze armee von dämonen das wäre sie zögert für einen augenblick und schaut dir eindringlich in die augen meine beiden besten beschwörung habt ihr bestimmt schon gesehen sie bewachen die festung dann haben wir noch akandor elastria elistria schaut ihr mit sonnerfüllten blick in die augen dieser elende verräter war früher mein schüler vielversprechen oh ja aber letzten endes ohne jegliches rückgrat sie lächelt in sie hält lächelnd inne sagt seid ihr womöglich an einen kleinen auftrag interessiert ja klar schießt los für jemanden eure schlages wird dies gewiss kein problem sein denn ich weiß dass ihr im töten bewandert seid meine magie hat enthüllt dass sich akandor im lyseum versteckt hält töte den verräter und bringt mir seinen kopf akandor ist tot sagen wir jetzt nicht weil es auch nicht stimmt und sie will ein beweis das wissen wir ja nämlich den kopf alles klar dann auf wiedersehen bis zum nächsten mal moment wartet noch eine sekunde froth könnte der den einen oder anderen gegenstand haben der euch auf euren reisen nützlich sein mag so von ihr unsere sache auch tatkräftig unterstützt sie streckt dir mit ihr bleichen hand etwas entgegen trag dieses abzeichen wenn ihr mit ihm sprecht und wann immer ihr zeigen wollt dass sie ja auf seiten lord black thorns unter unterdrückung seid so und das ist nämlich jetzt das wichtiger wir kriegen nämlich hier ist das schwarze abzeichen wir können nicht mehr tragen okay was haben wir da da haben wir noch die schiffsleitung für den widerstand das kriegst du mal hast du es auch ja und die schiffsleitung kriegst du dann auch mal ja du hast beide okay so schwarzes abzeichen damals das schwarze abzeichen der unterdrückung wo muss man das auflegen ja gut so das war der nächste punkt jetzt können wir so laut jetzt hat zwei möglichkeiten wir gehen zu vielleicht noch mal und sagen wir haben das abzeichen jetzt das werden wir auch machen und der schickt uns glaube ich zu lord black thorn oder wir gehen gleich zu lord black thorn aber ich denke mal wir gehen erst zu flan und sagen wir haben das abzeichen und schau mal wie es weitergeht das ist ja unser nächster ansprechpartner eigentlich ob man noch mal ob ich jetzt noch mal bei stud vorbeigehe und schau was er hat ja vielleicht mache ich das noch mal schauen aber wir sehen uns dann gleich wieder bei flan da werde ich jetzt noch mein schiff wieder nehmen und in sicheren gefilde wahrscheinlich bei mont lo ablegen weil sonst kommen wir da nicht mehr an das schiff ran wenn ich jetzt hier mit einer teleporter schrift rolle weggehen würde kann man nicht mehr als schiff ran und müssen neues schiff kaufen das ist ja unsinnig das muss nicht sein also bis gleich so da bin ich wieder und ich bin nicht zu diesem sud gegangen sondern bin gleich zu mundlau mit dem schiff gefahren und von dort habe ich mich nach skrape teleportiert und dort wollen wir jetzt noch mal mit flan reden was passiert er betrachtet dein abzeichen mit gefälligem lächeln es ist sehr schön dass der avatar in die reihen der unterdrückung eingetreten ist wir sind sehr stolz auf euch und ich bin mir sicher dass ihr uns auch weiterhin viel freude machen werdet unser lord blackthorne sucht nach den acht mantras unterstützt ihn bei dieser suche und kehrt zu mir zurück wenn ihr mehr wisst wenn wir mehr wissen meint er jetzt damit wenn wir ihm die mantras alle gegeben haben wahrscheinlich ihr habt noch nicht alle acht mantras der erste magier hat eines hebt eine seiner dunklen augenbrauen ihr habt laut blackthorne noch nicht alle acht mantras preisgegeben kehrt erst dann wieder zu mir zurück wenn ihr diese aufgabe erfüllt habt okay das heißt wir geben wir müssen jetzt zu blackthorne gehen zum ersten mal das weintreffen und es ist auch meine angstgegend beziehungsweise ja da habe ich tatsächlich die sorge dass da es nicht klappen wird weil sinelo war es ja so dass es da nicht geklappt hat dass da die probleme aufgetreten sind bei blackthorne und deswegen ist das meine angst gegen wenn wir das geschafft haben dann ist alles andere nur noch pille palle wahrscheinlich jedenfalls okay wir gehen zurück zu unseren schiff das heißt wir teleportieren uns noch mal hierher da ungefähr müsse liegen und dann geht es mit unseren schiff hier runter zu blackthorne palast und da geht es dann weiter und wahrscheinlich werde ich dann da von da auch weiter hierher fahren und diesen letzten schreien zum letzten schreien zu gehen diese letzte schreien quest zu machen und dann zum kodex zu gehen der ist ja auch hier auf der insel des avatars das könnte ich mir vorstellen dass ich das mache in der pause dann halt und dann gehe ich wahrscheinlich noch mal nach bakonias denn weil ich habe nicht mehr also viele von diesen schrift rollen wenn man hier mal schaut gueno hat die schrift rollen ich habe nur noch zwei von diesen schrift rollen das werde ich dann auch gleich noch machen dass ich noch mal nach bakonias denn gehen dort gibt es nämlich diese schrift rollen zu kaufen und dort hole ich mir dann auch eine weitere nicht noch eine sondern mehrere von denen ja es wird wirklich zeit dass ich das noch mal so dann würde ich sagen sehen wir uns in black thorns palast wieder und ich hoffe dass alles klappen wert ich hoffe wirklich dass alles klappen wert wahrscheinlich muss ich aber ja ich muss mal schauen wie ich es mache wahrscheinlich werde ich dann noch mal schlafen irgendwo so dass ich erst am morgen dann zu black thorn kommen so dass ich ihn nicht in seinen schlaf überraschung oder so ähnlich mehr werden sehen bis gleich dann so wir sind jetzt direkt vor dem palast von black thorn und ja hier unten habe ich ja schon gesagt gehabt und jetzt schauen wir mal auch noch mal speicherung noch und dann schauen wir mal ob das alles klappt ich bin etwas nervös muss ich ganz ehrlich gestehen eine wache steht vor dir gerüstet ist sie mit den feinsten stahl den britannia zu bieten hat ein schwarzes abzeichen bestickt mit einem silbernen ang sie hat ihren dunklen waffenrock sie betrachtet anerkennt das schwarze abzeichen wie ich sehe tragt ihr das abzeichen sei an majestät wird black thorns sie legt dir das schwert an den hals aber kennt ihr auch sein wort im pera sie legt und senkt die waffe ich grüße euch madame ihr seid in unserem palast willkommen doch gibt stets acht wo ihr hinlaufen es gibt stellen die kein mensch betreten sollte alles klar erste hörte ist überwundern dann zweite black thorn sitzt auf seinen drohen sehr gut dann speichern wir noch mal und dann reden wir mal mit ihm bin ja mal gespannt was ob das alles klappt dann du stehst black thorn gegenüber dem lord britannias seine rüstung ist in tiefe finsternis getaucht und seine stiefel und handschuhe sind mit kleinen sacken gespielt eine hand ist an die falten seines dicken mantels gehüllt während die andere auf den griff eines verzierten schwertes ruht sein charisma und seine macht umhüllen ihn wie eine glühende wolke und sein blick brennt geradezu in deinen augen dennoch spricht er freundlich zu dir ich grüße euch avatar endlich lernen wir uns kennen ich erwartete euch bereits was kaum überraschen dürfte eure ankunft in mein zuhause black thorn atmet tief ein lasst uns nun beginnen er deutet auf das schwarze abzeichen an deiner brust das symbol das ihr tragt ist das der unterdrückung sagt er wir unterdrücken den hass die lügen und die feigheit dieses abzeichen ist nicht mehr als ein symbol so großartig dieses symbol auch sein mag es ist ein lebloses sinnbild keine lebende atmende ikone unserer tugend und ethik kurz gesagt sein blick umklammert dich fest es ist kein avatar und daher frage ich euch dient ihr unserer sache als unser avatar als unsere lebende ikone die in britannia vorwärts treten wird um das chaos zu unterdrücken wie ihr es einst für lord britisch tatet ja das machen wir black thorn nickt wenn es wahr ist was ich was ihr sagt dann euch gewiss dann ist euch gewiss auch das kennenwort der gläubigen bekannt er runzelt die stern spricht es faucht er impera black thorn schwellt die brust und schiebt seine schultern zurück er nimmt deine hand und legt das abzeichen auf sie willkommen in der unterdrückung farla mit euch und euren verbündeten an mal auf meiner seite wird die unterdrückung unbesiegbar endlich werden wir wieder frieden und ordnung in britannia einkehren so ok jetzt können wir reden name das müsst ihr mich fragen aber da ich kenne jedenfalls eure namen seit eurer ankunft reden meine beamten nicht über nichts anderes rektorn wirft seinen umhang zurück ich bin der lord britannias seine augen seine rüstung und sein schwert schimmern im der fall eines tages so hoffe ich werde ich auch sein erlöser sein seiner löser ich hoffe dass ich dem land durch die bemühungen der unterdrückung durch das erlernen der mantras und der wörter der macht sowie durch den besitz der krone juwelen friede und ordnung wie einst unter lord britisch herrschaft schenken kann friede und ordnung ja friede und ordnung durch die tugenden alleine können wir das nicht erreichen sie sind zu unklar zu offen für fehldeutungen sie können leicht mit absicht missverstanden werden um die eigenen selbstsüchtigen bedürfnisse zu befriedigen lord britisch blacktorns stimme wird traurig als lord britisch verschwand verschlang das chaos unser schönes britannia eine partei kämpfte gegen die andere um an seiner stadt die macht zu erlangen erballt die fäuste das konnte ich nicht zulassen ja das sieht man aber auch er war tatsächlich mal ein guter mann er ist halt nur von den schattenfürsten verdorben worden aber er war mal ein guter mann der auch das richtige tun wollte ein mitglied des hohen rates ein mann namens windermere fragt blackthorn wollte die monarchie abschaffen und sie durch eine alleinherrschaft des hohen rates ersetzen ich hielt das nicht für klug im hohen rat gibt es nichts als magier aber das volk britannias ist viel mehr als das es besteht aus kriegern kunstwerkern bauern und kaufleuten blackthorns gesichtszüge verformen sich zu einer leichenblassen miene des zornes sie hintergingen mich schreit er sie befreiten windermere obwohl ich ihn wegen hochverrats eingesperrt hatte obwohl es einen beweis dafür gab dass er unschuldige hin geschlachtet hatte und als ich sie dafür vor gericht bringen wollte da floren diese feiglinge vor mir er beruhigt sich wieder und lächelt trocken natürlich stellte der rat es so hin als hätte ich ihn aufgelöst das volk war entzürnt schlussendlich musste ich das kriegsrecht ausrufen um zumindest den einen hauch von befehlsgewalt wieder herzustellen erzähl was über über die unterdrückung eine tapfere armee aus männern und frauen die sich dem dienst an der ethik britannias gewidmet haben verkündet blackthorn aber nicht nur männer und frauen haben sich uns angeschlossen es sind auch kreaturen tief aus der erde gekommen um sich aus ihren ketten der finsternis zu lösen und britannia licht zu bringen schattenfürsten murmelt julia ja sogar sie sagt blackthorn ihre schiere anwesenheit erfüllt selbst die schlimmsten verbrecher mit ein gefühl für ordnung erfolgt es folgt ein eisiger moment der stille sie dienen mir gut dann erzähl was über die krone juwelen das amulett das zepter und die krone lord britisch gemeinsam sind sie das sinnbild des rechtmäßigen herrschers britannia sobald alle drei in mein besitz sind da verstummt er und seine worte verhallen dann die worte der macht britannias mächtigste bewohner hausen unter den erdboden sagt blackthorns drachen dämonen und andere kreaturen der tiefe mit den wörtern der macht kann ich die tore zu diesen riesigen armeen aufschließen auf dass sie mir helfen ruhe und ordnung auf der oberfläche zu bewahren er lehnt sich nach vorne wenn ihr eines von ihnen in erfahrung bringt dann spricht mit flame ins karabre das hört sich echt nicht gut an was der vorhat der ist echt verdorben worden von den schattenfürsten naja dann die mantras ich hoffe mir den mantras der tugenden an den schreien meditieren und sie reinigen zu können maria kann sich nicht mehr zurückhalten reinigen es klingt eher als wolltet ihr sie zerstören blackthorn runzelt die stirn es liegt mir fern die schreine zu zerstören wie einige vielleicht glauben aber ich musste oft feststellen dass ihre lehren zu verworren sind so offen für verschiedene deutungen was der eine für ein schreien lernen von einem schreien lernt kann genau das gegenteil von dem sein was ein anderer lernt solche widersprüche sind der nährboden verwehrung und chaos denn wenn niemand unrecht haben kann wer hat dann recht okay aber ich sollte dir doch noch den mantras sagen vielleicht muss ich noch mal noch mal mit ihm reden gehabt euch wohl avatar geht dahin und unterdrückt die schurgerei unterdrückt das chaos und überwind die finsternis das gespräch ging jetzt von vorne von alleine los blackthorn der lord britannia streicht anmutig über seinen mantel als er die hand zum grüße aber da ich grüße euch an heute in meinem zuhause ich kenne die mantras seid ihr wahrlich bereit für das was ich nur ich nun fragen werde avatar ja wie lautet das mantra der ehrlichkeit und jetzt müsste ich noch mal kurz in meiner liste nachschauen ich muss mal kurz aus auf dem desktop ich habe es mir nämlich vergessen aufzuschreiben ha toll vorbereitet so da bin ich wieder ja ich habe es vergessen ja aufzuschreiben gehabt der namen der ehrlichkeit ist am blackthorn spricht das mantra leise nach ja ich erinnere mich wieder dran er nickt dir anerkennend zu danke avatar maria stößt einen tiefen seufzer aus ich kann nicht glauben was da geschieht tapferkeit ich hoffe da verlässt uns jana jetzt nicht das wäre jetzt ein bisschen blöd der gerechtigkeit das ist b gerechtigkeit hatten wir opfermut opfermut ist k ach verdammt er löscht die alten nicht raus k opfermut haben wir jetzt auch ich glaube es gibt ziemlich viele punkte jetzt ziemlich viel xp der er das ist zum der spiritualität um so es fehlen nicht mehr viele zwei stück noch der bescheidenheit ist lum schaurige ruhe bricht mitgefühl hatten wir aber nicht oder schaurige ruhe bricht über den finsteren lot herein endlich endlich erstatt ich an geht nun geht nun und gibt flay die wörter der macht preis danach kehrt zu mir zurück er hat nicht nach mitgefühl gefragt kann das sein aber ich weiß auch warum mitgefühl kennt er schon weil wir das den den dämon gegeben haben da auch eine interessante sache der dämon den wir damals besiegt haben dafür für den schrein der der ist von elastria geschickt worden um das mantra in erfahrung zu bringen und da haben wir es ja schon gesagt gehabt deswegen fragt er jetzt nicht hier danach so ja jetzt haben wir auch dieses diese quest gemacht hat es eigentlich jetzt uns kammer gekostet irgendwas hat kammer gekostet ich bin noch nicht ganz sicher was genau ich glaube die mantras ihn zu geben nicht ich weiß es nicht irgend das hat auf jeden fall kammer gekostet aber nicht allzu viel so dann ist mein angst gegner was heißt angst gegner meine angst angst situation genau ist jetzt rum dann sind wir nämlich hier fertig dann mache ich jetzt nämlich eine etwas größere pause wieder uns fehlt nämlich immer noch ein wort der macht dafür muss ich die schreien quest noch machen und da muss ich die letzte zum letzten links noch gehen habe ich ja schon gesagt gehabt dass ich da zu den letzten schreien noch gehen muss und zum kodex noch gehen muss außerdem nach bakarnia stan muss ich noch gehen und ich werde wahrscheinlich auch noch die kronjuwelen holen da gibt es übrigens eine üble quest ich kann nämlich die kronjuwelen auch an blackthorn geben aber das ist ein bisschen blöd das zu machen weil wir das selber nämlich für den schluss noch brauchen werden aber das sollte man auch noch machen also die kronjuwelen noch holen und wir brauchen auf jeden fall auch noch die drei splitter diese drei schatten kronjuwelen kristalle für die schattenfürsten die wir wenn wir auf gut spielen in den beim lyseum in den serpents hold und empath abbey in den feuer verbrennen müssen und so die schattenfürsten vernichten müssen die brauchen wir auch noch das heißt das werde ich jetzt auch noch in der pause machen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder dann und dann reden wir mit flayne ja genau so machen wir das und ich hoffe dass das alles klappt wie gesagt eine etwas größere pause dann aber das passt dann ja und dann bis zur nächsten folge macht's gut und tschüss